Wir verwenden ja einiges. Ein bisschen bloß. Ein bisschen flach. Ein bisschen schwund ich es jemals. Ja. Eisen? Was? Eisen? Was ist Eisen? Amber. Haben wir noch Eisen? Sechs Eisen sind hier gerade drin geschmauelt, also drei Eisen meine ich. Mhm. Wenn wir erstmal schmelzen ziehe ich hier gerade den ganzen Kupfer raus. Eisen haben wir hier mehr als genug. Wurde. Ich muss es nur noch schmelzen. Also drei Eisen sind in der Smaltery drin. Soll ich die mal rausholen? Mhm. Wer schreibt? Oh, wir haben mitreißen. Drei. Während das Eisen vor mir abkühlt, esse ich meine warmen Kartoffeln. Ja. Um der Logik zu frönen. Frönen. Ja, dann hole ich dir das Aluminium Brass auch mal raus, ne? Das ist ein komisches Timing. Ich frage mich um viertel vor eins in der Früh, ob ich nach Kos fliege. Wut? Häh? Nach wo? Kos. Eine Insel von Griechenland. Achso, okay. Ohne Kontext oder wie? Mhm. Cool. Der hat's drauf. Ehrlich, warum? Hm. Okay, die. Ja. Das sind Leute, die ich letztes Jahr auf Kos kennengelernt habe. Ah. Und die vermissen mich irgendwie. Verheimer liebschriften oder wie? Nein. Aha, aha. Warum machst du das? Nein, jetzt gerade so ausgezogen, so unglaublich. Ähm. Er wird uns was verheimlichen. Ja, ein bisschen. Ups. Alles nicht absichtlich. Seitiger Eisen kommt da hinten alles rein, das ist haltiger Material, ne? Ja. Jajau. Hui, Ember. Äh, Aluminium Brass ist ein neues Material, das kommt da oben rein. Von dem Baum eigentlich gar nicht so viel. Aber wir haben es, also. Ja. So, wo hast du da über das Zinn? Wie ändern wir Copper-Englitz? Wir haben ja verschiedene Copper-Sorten. Da habe ich auch Shiny-Englitz gehabt. Genau, wegen sowas würde ich da eigentlich keine Barrels verwenden. Was denn wie? Ja, wir haben verschiedene Kupfer-Sorten und so. Ja, die kommen alle in eins rein. Geht doch gar nicht. Doch, klar. Ich dachte doch gerade, da ist ein Olic-Sneradion. Oh. Ja, da ist ein Olic-Sneradion. Green. Hm? Ähm. Ist Shiny-Engl irgendwas eigenes, oder ist das dasselbe wie... Das ist auch Platin. Ah, okay. Das wusste ich nicht. Äh. Ne, Platin haben wir glaube ich noch nicht, oder? Ne, scheint hier gibt es ja Platin, also. Ja, eben. Au. Aluminium. Aluminium machen wir hier auch schon mal. Au. Was denn, wie? Was zum Teufel war das gerade? Es war unglaublich laut. Ja. Ne. Aua, meine Ohren. Oh Gott. Hä? Was ist denn los? Es war wieder eins von deinen Mikrogeräuschen. Okay. Hör ich grad nicht seltsam. Soll ich jetzt Eisen mal rausnehmen, oder rausfüllen? Ja. Also rausfüllen? Ich mach's. Eisen! Was ist denn? Neun 18 37 37. Oooooohhhh 37. Mit dem Kupfer. Haben wir da? Ja, wir haben genug für. Kupfer haben wir mittlerweile einiges. Zwei Schmerzen hier noch. Richtige Kissen hab ich drei. Kupfer und Eisen tut sich ja nichts, genau. Da könnte man ja dann glatt schon mal ne Tool Forge bauen. Tool Forge? Ja, warum eigentlich nicht? Wo würde unsere Produktivität massig erhöhen? Ja, weiß ich nicht, ob die neuen Werkzeuge so wirklich toll sind. Ja, zum Beispiel die neue Axt, die macht äh, Tree Capacitor Style. Ja, da haben wir doch die extra Stream für. Ja, okay. 19, also kann ich hier noch einmal ausfüllen. Und äh, da den Hammer brauchen wir jetzt nicht wirklich. Ja, und äh, Farmzeug gibt's da irgendeine, die Skies. Gut. Brauchen wir aber auch nicht. Haben wir auch Farmcraft dringend für. Hoch. Wir brauchen mehr Silber. Hat irgendwer noch Silber im Inventar? Silber? Nö. Nö. Äh, wir haben 13 Silber-Orders, die kann ich hier gleich einschmeißen. Ups. Oder hinplatzieren. Plus ein bisschen... Achso, Silber-Orders sind die Blöcke? Ja. Und dann geht das. Ich dachte, du meinst die einzelnen. Ne, ähm, Kupfer und Silber tut sich nicht, ne? Ne. So. Wieso hast du eigentlich Pulver heißt Copper Ore da drin? Wieso machst du das nicht erst zu Blöcken? Egal. Das geht zwar auch. Ich weiß, dass das auch geht, aber, ne? Das bringt genauso viel. Die Blöcke machen wir nur, damit nicht so viel, äh... Platz gebraucht wird. Genau. Eben deshalb. Ich hatte nur zwei übrig, deswegen hab ich nur zwei rein. Daraus kann man ja keinen Block machen. Achso. So, Crush Copper Ore, daraus kann ich jetzt noch einen Block machen. Dann hab ich hier Copper Sand wieder, dann... Ne. Wie weit sind wir eigentlich inzwischen mit den Countdowns? Äh, ich brauch da noch einen Fluid-Transposer. Und der ist gleich fertig. Okay. Machen wir mal ein bisschen selber, ne? Jo. Dann müssen wir, wie gesagt, uns gleich mal drum kümmern, äh... Wie viel wir... Wo reinpacken. Ein Itemrohr wäre ziemlich cool noch hier. Dann könnten wir den zweiten Polarizer anschließen. Itemducks müssen wir, glaub ich, noch ein paar haben. Fehlt ja nur noch eins. Einschneiden. Das ist ein Itemduck. Was macht ein Itemduck da unten? Entschuldigung. So. Ja, okay. Und jetzt braucht man noch eins, das Redstone einschmelzen kann. Also ein Magma Crucible. Jo. Jo, genau. Ähm... Da. Jo, sehr schön. Weil wir eigentlich gar nicht zwei brauchen. Oder... Ja, ich bräuchte jetzt eigentlich ziemlich viel Gravel und Sand und sowas. Hm? Ich hätte vielleicht die Itemduck die schon gehabt, ne? Naja. Na, egal. Also, wenn, Frank, du meinst, wir machen erst noch einen, äh... Dingsanarmpulverizer neben. Für, äh... Staub, oder wie? Ne, ne, das war schon der, den, wo ich gemeint hab. Hier, der steht ja schon da. Aber irgendwie... Ah, jetzt geht er. Jetzt funktioniert er. Ja. Ich mein, normaler Staub für Redstone und Glowstone und so weiter, wär schon nicht schlecht. Da bräuchten wir zwei Pulverizer für. Ja. Hm, ja, die müssen wir hinterher bestellen. Das hatte ich vor, nach... Nachdem ich... Da die neuen... Convents hab. Hatte man ne gute Hacke? Ich hab leider ne... Die neue Steine abbauen können. Äh, ich hab... Meinen Gladstone eh auch. Was, wofür brauchst du dich? Ich hab Diamant-Hacke. Wofür? War's schon. Okay. Gut. Ah, 16 Netherrack. Das ist ja geil. Und wieder zwei Silberkisten. Hallo Zombie. Das ist übrigens auffallend dunkel hier. Genau, ja. Achso, du bist ja auch von mir gerade. Ich glaub, da steht ne Magnum Torch. Nicht mehr, irgendwie. Die hab ich mitgenommen, weil die Mobfarben nicht mehr lief. Wir sollten uns mal ums Ausleuchten kümmern. Blei und Nickel tut sich auch nichts, ne? Mhm. Und... Aluminium dazu auch nicht. Ich bin doch normalen Hammer. Da kriegst du auch nicht mehr von raus. Hab ich aber grad nicht. Oh, doch hab ich sogar. Ja. Ja. So. Mal schauen. Haben wir noch Invar? Müssen wir noch haben, ne? Also Shiny und Silver ist nicht das selbe. Ja, Shiny und Platin ist dasselbe. Achja. Stimmt, da war was. Äh, Invar ist hier unten schon drin, ne? Ja. 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 Silver ist dann hier drin. Ups. Ja. Ach, ich... Drei hier vor. Und Kupfer. Aber ich versteh schon, warum sie Better Batteries genannt werden. Weil sie einfach besser sind. Hehe. Markus, hast du noch Glas? Nicht mehr viel. Ein bisschen was ist noch in der, äh, Ferners. Okay. In dem Haus. Hab ich noch Cobblestone? Hab ich nicht. Ich mag rhetorische Fragen und wie sie füllen diese Leere und Stille. Ja. Ja. Jep. Na, und so. Jo. Ich hab's jetzt vergessen. Jelelelelel. Hm. Soul Sand kriegt man aus dem Witchwater hier hinten raus, ne? Ja. Okay. Echt geil. Empfehlung mit Sand, wofür? Äh, weil durch ein Soul Sand und vier Nether Rack kriegt man zwei Nether Brick und das brauche ich für das Ding. Für Magma Crucible. Okay. Kriegt man Nether Brick nicht auch nur aus? Mhm. Die kriegt man aus Soul Sand und, ähm. Okay. Ich dachte, da wär irgendwas. Gut, dann wär's was anderes gewesen sein. Ja, man kann Nether Brick auch mit den Nether Ingots bauen. Aber dann kostet's mehr. Und wir haben ja nicht so viel Nether Rack. Wir brauchen's auch so unglaublich viel. Hm. Ich hätte doch zwei gebraucht. Mega. So ein Portable Hole wär nicht schlecht. Hm. Oder eine Hintertür. Weißt du, was ich auch kann brauchen? Ich baue mir jetzt eine Hintertür. Ohne Tür. Nämlich genau hier. Kann ich tun, da kommt doch kein Mensch durch. Nämlich so. So, es sieht nicht mal so schlimm aus. Bleibst du hier? Weiß ich. Nein, das... Immer wenn ich was abbaue da in der Gegend, dann wird's sofort angezogen. Nee. Ach, geh weg Spinde. Das Ding ist eh schon voll. Also unsere Kiste ist voll. Sollte mal ne neue hin. Hm. Hammer Gold. Hammer sogar. Kann ich die letzte Kiste hier direkt eine Goldkiste umwandeln eigentlich, wenn wir genug Silber haben. Hammer sogar. Oh, ein Apfel. Muss ich mitnehmen. Apfel. Übrigens spawnen da überall Skelette da hinten in der Öcke. Hm. Und cool. Wow, jetzt hab ich ein Buch bekommen. Wofür? Gute Frage. Achso, weil du das Meltray gebaut hast. Nee, irgendwie nicht. Nicht? Ach, ich hab einen Teil von das Meltray gebaut. Dieses Ausguss da. Deinste Teil. Oh, geht. Ach, sieh mal ein. Bauch ich sogar nur noch vier. Okay, lass mal die Smeltary leer, weil die bauch ich jetzt wahrscheinlich gleich um. Nö. Irgendwann weiß ich mal was dran. So. Und zum ersten. Zum zweiten. Zum dritten. Zum dritten. Platz. Ja. Ach, wie schön. Das ist einfach eine Menge an Sachen, die wir grad hier haben. Mhm. So, ich wollte immer noch einen Redstone holen. Gott, diese Ablenkung immer. So, und mehr schmelzen werde ich jetzt noch erstmal nicht tun. Ich hab' den guten Job geleistet. Ich hab' den guten Job geleistet. Guten Morgen. Guten Morgen. Mahlzeit. Wo? Ich hab' den Kanal hier. Was macht denn Schönes? Aufnehmen! Privat-Channel, das war aus gutem Grund. Oh, ne? Du darfst doch mal fragen. Klar, du hast doch geantwortet. Ach, Moin, ich stehe. Wir nehmen auf. Du bist jetzt auf Youtube. Sag Hallo. Hallo, Moin. Hallo. Ich bezweifle, dass deine Mutter sich das ansehen wird. Okay. Welche Mutter? Welche Mutter? Mich sowas. Die du so nicht durchfasst. Nun ja. Vielleicht kann ich mal eine Rüstung craften aus irgendeinem Zeug, das hier in den Kisten ist? Nimm, was du willst. Also Eisen geht und Bronze geht. Und in war. Ah, ihr zockt Minecraft. Ja. Ja. Das war eigentlich die wichtigste Information. Zack, ist das Interesse weg, oder wie? Naja, eigentlich nicht. So, ist es diesmal richtig rum? Ja, bis dann. 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 Der Christian. Ach, immer dieser Chris, ey. Du kennst den doch noch nicht mal. Ich kenn mehr, der Chris. Ich glaub den nächsten Optimus-Activator mach ich mal hier drunter, oder? Ähm, ich glaub drei und dann geht's nicht schneller. Also die dürfen reichen. Müssten dann vielleicht. Schauen wir mal. Ich glaub, es wird ein bisschen was schneller gehen, doch. Ja, aber zu schnell soll es ja auch nicht sein. Die, äh, der Pulverizer soll ja noch mitkommen. Gott, der kommt noch Problemus mit. Naja, da war auch schon mal ein Surplus. Der geht jetzt nicht mehr so gut. Aua! Gut, wenn wir den grad nicht brauchen, dann probier ich mal was aus. Wer hat eigentlich die ganzen Baumstämme noch im Inventar, die ihr gefältert? Ich? Kann ich davon ein paar haben? Na klar. Immer die Hälfte, also. Ja, das geht locker, danke. Scheiße. So. Hm, nicht safe. Gut, dann nicht safe. Äh, der ist speichert im Abstand von zwei Sekunden, oder was war das? Zwei Minuten circa. Zwei Minuten circa, okay. Eigentlich mal was ausprobieren wollen würde, wo ich nicht weiß, wie gut das klappt. Frank. Bitte? In ein Baum. Ähm, ja, toll. Ich hab das Holz aus einem guten Grund gefällt. Ich weiß, ich kann auch noch mehr fällen, kein Problem. Ja, zwölf hast du noch da. Danke. Ich wollte ne Rüstung haben. Die Holzrüstung wollte ich einfach mal unbedingt sehen, wie die aussieht. Holzrüstung? Ich hab Holzrüstung mehr gemacht, ja. Oh Gott. Ist das nicht schön. Ich hab die noch nie gehabt, ich wollte mal sehen, wie die aussieht. Holzig? Schon. Außerdem gibt die, gibt die ähnlich viel, ähm, halt bei Dings wie Leder, also das passt schon. Okay, schade, anscheinend geht das so nicht. Leder? Was ist das? Wie, versteh jetzt nicht ganz, was wachst du mit Leder? Oder wo kriegst du Leder her? Tu ich ja nicht. Hab ich nie gesagt, dass ich Leder habe. Hast gerade was mit Leder gesagt? Ja, dass die Holzrüstung ähnlich viel hält wie die Lederrüstung. Ach so. Dann schenke ich dir so wie gar nichts. Ich weiß. Aber ich wollte sie unbedingt mal gesehen haben. Oh Mann. Außerdem passt sie zu meinem Skin, find ich irgendwie. Ja, genau. Dauert man noch mal das Activator-Deck, glaube ich. Ich bin ne Axt in der Hand. Ich bin einfach, ich bin... ...bis hier... ... äh, Genozid. Klaz. Oh, Spinner. Hier ist dauernd flüssig, es ist voll toll. Mhm. Jo, find ich auch. Bäh, 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 bäh. Haben wir Inva? Ja, haben wir. Mhm. Darf ich das benutzen? Sicher. Das ist zu wenig. Pech. Wie macht man Inva? Mit Eisen und Nickel. Okay. Mach ich da mal ein bisschen was. Nickel war Ferros, ja. Ja. Okay. So, saug ein Hopper. Ist das so schön, Mann. Du baust die Christen einfach nur abbauen und dort zieht sich selber neu ein. Äh, nebenbei. Du hast doch ein Blattaltar schon, ne? Ich hab ein Blattaltar, ja. Wofür? Kannst du nicht langsam mal den Magicians' Blatt abmachen, theoretisch? Äh, muss gucken, Magicians? Welcher war das? Ich brauche nur ein Block auf Gold. Ein Goldblock. Und eben ganz viel Blut, aber du hast ja wohl schon genug, wenn es hier neben steht. Hm. Nee. Wie öffnet man den? Noch mehr Ingeht? Äh, gar nicht. Gleich, 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 gleich. Öffnet man gar nicht. Der ist ohne, äh, Interface. Aber weißt du mal, wie viel Blut dran ist? Äh, über den, über das Divination Signal. Im Moment, ich komm grad. Okay. Äh, ich komm gleich. Ich hab grad eh keinen Goldblock in der Hand, so ist nicht. Oh. Was? Da hinten hat jemand weitergebaut. Ja. So sieht's aus. Es kam ein bisschen was dauern, wenn ich den Magicians' Blood Orb hab, weil der nämlich Tier 3 braucht. Der ist momentan nur Tier 1. Ah, das wusste ich nicht. Wie wird der gemacht? Soll ich dir irgendwie helfen? Ich brauch, äh, Runen dafür. Warte, wie heißen die? Ah. Tickles. Kannst noch mal Eisenblock reinhauen, dann geht das genau um. Runen auf und so weiter. Blood Rune ist das Standard Ding und so weiter. Kann man die jetzt irgendwie herstellen? Äh, Blank Slates bräuchte relativ viele von und Smooth Stone. Blank Slates kannst du glaub ich einfach so reinpacken und du Smooth Stone reinpackst, das müsstest du auch hinbekommen. Äh, Blank Slates, äh, wo stehen die? Schaum, wir hatten ja doch irgendwelche... Ach, Blank Slates, da. Ja. Fused Stone, die wird ja gemacht. Ach, mit normalem Stein, okay. Hm. Wie viel braucht man davon? Äh, lass mich überlegen. Ich brauche für den Tier 2 insgesamt 8. Gut, dann nehm ich mir 8, 8, 8, Smooth Stone gleich. Ja, ich brauche Tier 3, deswegen überlege ich gerade, ob der auch... Mistvolle braucht oder... Ich mach erstmal mit dir 8. Jo. Ähm, ist das mein Leben oder Leben der Mobs? Oder ist da schon Leben drin? Ähm, momentan ist da auch Leben drin. Wie mach ich das da rein? Wie tue ich das da rein? Pingflüssigkeit mit der Sacrificial Orb. Ah. Weak Blood Orb. Hab ich das mal rausgenommen? Ja, das ist praktisch ne Batterie. Ah. Dann tue ich den Stone da mal oben drauf packen, oder? In der Filmblatt, Alter? Jo. Äh, läuft der jetzt mit den Mobs, oder mit den... Der läuft mit dem, was drin ist. Für die Mobs bräuchte ich, äh, ne große Konstruktion, die ich noch nicht habe und nicht bauen kann, glaube ich zumindest. Ah. Äh, der ist gerade leer, übrigens. Schon? Ja. Wie füllt man den wieder auf? Mit dem, äh, Sacrificial Orb hier. Ah. Willst du den dann abgeben? Ja, ja. Ich sterbe gleich. Deswegen kann ich gerade nicht weitermachen. Äh, Shift-Click, ne? Shift-Rechts. Ja, mach ich gerade. So, jetzt ist fertig, jetzt kannst du rausnehmen und das nächste einsetzen. Ja, tu ich ja gerade. Ja. , ja mujer Eva. Ja. Tach, raus. Ja, ich bin okay. En motivation.